Herzlich willkommen auf der Lesebühne und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die Ingra Wieland, extra aus München angereist. Genau und jetzt viel Spaß und stell dich einfach nochmal selber vor. Ja, ich freue mich total, dass ich heute hier an diesem wundervollen Ort lesen darf in Berlin. In Berlin lebt nämlich auch die Protagonistin meines neuen Buchs. Ich bin Ingra Wieland, ich schreibe unter anderem Bücher, ich schreibe in verschiedenen Genres, Krimi, zeitgenössisch, historisch und ich habe auch eine kleine Auswahl meiner Bücher mitgebracht. Und ja, ich sehe hier bekannte Gesichter, unbekannte Gesichter und ich hoffe, ich kann euch gut unterhalten jetzt die nächste Zeit. Ich erzähle euch erstmal, worum es im Buch geht. Miller ist die Hauptfigur und Miller ist permanent zu spät, immer pleite und völlig unzuverlässig. Eines Tages erscheint in ihrem Zimmer eine Frau und sie stellt mit Schrecken fest, dass sie die einzige ist, die diese Frau sehen kann. Der Erwerb eines Koffers führt dann zu einem ereignisreichen Roadtrip und diese Frau verfolgt sie auf Schritt und Tritt, scheint alles über Miller zu wissen und nörgelt und ist einfach ganz unerträglich und sie wird sie nicht los. Auf diesem Trip trifft sie eine Astrologin, einen Kräutergärtner, ein verlorenes Kind, eine Elfenbeauftragte, eine Rockerklicke und schließlich stellt sie sich auch noch der Begegnung mit ihrer Mutter. Als dann alles zu eskalieren scheint, ist Gott sei Dank Rosalie an ihrer Stelle, die gute Freundin aus ihrer Kindheit, die ihr hilft und dafür sorgt, dass sich doch noch alles zum Guten wendet. Es war weder der Montagmorgen Straßenlärm, der mich weckte, noch waren es die Kopfschmerzen oder meine Zunge, die mir wie ein altes Brötchen im Mund lag, sondern das unangenehme Gefühl, beim Schlafen beobachtet zu werden. Durch die Ritzen des Rollladens sickerte trübes Winterlicht auf die Dielen. Ich versuchte zu blinseln. Die falschen Wimpern auf meinem rechten Lidrand waren verrutscht und klebten das obere und das untere Lid zusammen. Mit dem linken Auge fokussierte ich den abblätternden Putz an der Zimmerdecke. Erschöpft von der Anstrengung schloss ich das Auge wieder. Das komische Gefühl verging nicht. Ich rollte mich auf die Seite und versuchte, den störenden Wimpernkranz abzukratzen. Auf dem Stuhl vor dem Fenster, der als Ablage für meine Klamotten diente, nahm ich die Umrisse einer Person wahr. Die verdammten Wimpern hatten sich mit meinen eigenen verklebt. Als Antwort auf das Schweigen nahm ich ein Kissen und warf es kraftlos in Richtung Fenster. Mit einem müden Geräusch landete es auf dem Boden. Warum sitzt du da und starrst mich an? Ich zerrte an den falschen Wimpern, schnippte den klebrigen Wimpernkranz von den Fingern. Auf dem Stuhl saß eine wildfremde Frau mit einem topfartigen schwarzen Hut. Die Frau schwieg und fuhr fort, mich anzusehen. Ich stöhnte. Nie wieder Wodka. Mein Blick fiel auf den Wecker. Er ist halb zehn. Um elf sollte ich im Supermarkt aufschlagen. Wenn ich auf Kaffee verzichtete, könnte ich noch köstliche zwanzig Minuten liegen bleiben. Obwohl Kaffee wäre dringend nötig. Nein, schlafen war wichtiger. Am ersten Tag an der Kasse musste ich fit sein. Ich angelte nach der Last-mich-alle-in-Ruhe-Mütze, stülpte sie über und grub den Kopf ins Kissen. Hau ab, murmelte ich und döste weg. Als ich das nächste Mal aufwachte, zeigte der Wecker halb elf. Ich fuhr hoch. Auf der Straße schepperte die Müllabfuhr mit den Tonnen. Die Frau saß immer noch da, schwieg und eugte vorwurfsvoll unter dem Hutrand hervor. Die Besucherin kam mir vage bekannt vor. Wo war ich gestern Abend zuletzt gewesen? Jenny hatte mich ins Billard-Eck geschleift, weil sie dort unbedingt den süßen Typen mit den zwei verschiedenfarbigen Augen treffen wollte, den sie dort letzten Sonntag gesehen hatte. Jenny war ständig auf der Suche nach dem Richtigen. Weil der Zweifarbige nicht aufgetaucht war, war Jenny gefrustet und wollte ins Milieu. Dort hatten wir Manni und Suse und die anderen getroffen. Suse hatte eine Runde geschmissen, weil sie Geburtstag hatte. Und dann eine weitere. Ich wollte früh nach Hause, aber Jenny hatte angefangen zu heulen, weil sie nichts vertrug und weil sie nie den Kerl bekam, den sie anhimmelte. Immer nur die anderen. Und Milla, bitte lass mich jetzt nicht allein. Ich hatte mich breitschlagen lassen. Jenny hatte schließlich den ganzen Nachmittag damit verbracht, mir die Wimpern anzukleben und die Haare zu färben. Schwarz mit ein paar blauen Strähnen. Extra für den neuen Job an der Kasse. Auf die Wimpern hätte ich gern verzichtet, aber Jenny hielt mir einen Vortrag über gepflegtes Aussehen und was zurzeit in war. Und überhaupt müsste ich endlich anfangen, mehr auf mein Äußeres zu achten. Also hatte ich fügsam die Augen geschlossen und sie machen lassen. Blöderweise ließen wir uns von zwei Jungs, die wir vom Sehen kannten, zum Bierpong überreden. Jenny hatte irgendwann versucht, den Ball auf der Spitze ihrer Stupsnase zu balancieren. Danach verblasste meine Erinnerung. Kennen wir uns? Ich versuchte, die hämmernden Schmerzen in meinen Schläfen zu ignorieren. Hatte die Frau mich heimgebracht? Wenn ich mich bloß erinnern könnte. Die Fremde schnalzte mit der Zunge. Das Geräusch explodierte in meinem Kopf. Wolltest du heute nicht neu anfangen? Stöhnen hielt ich mir die Hände vor die Augen. Ein Königreich für ein Glas Wasser. Ja, wie heißt du gleich nochmal? Ich blinzelte. Die Frau lehnte mit verschränkten Armen am Fensterbrett und beobachtete mich. Der Hut glänzte speckig, die Bluse war fadenscheinig, der altmodische Rock reichte ihr bis zu den Waden. Das Outfit wirkte wie aus dem Altkleider-Container. Die Haut war gelblich und zu ihren Augen lagen braune Schatten. Hatte ich in einem Anfall von Menschenliebe eine der Obdachlosen aus dem Park an der Ecke mitgenommen? Ich ließ die Beine aus dem Bett rutschen und landete mit einem Fuß im Aschenbecher, der umkippte und unter das Bett rollte. Die herausgefallenen Stummel schob ich mit der großen Zehe säuberlich zu einem Häufchen zusammen. Willst du einen Kaffee? Als ich aufstand, bemerkte ich, dass ich außer meiner Mütze nichts anhatte. Ich fischte eine Unterhose und ein T-Shirt vom Boden und schlüpfte hinein. Komm. Death Metal dröhnte durch die Küche. Mensch, Fonsi, mach leiser. Mein Mitbewohner stand an der Spüle und wusch ab. Sein Rücken wirkte vorwurfsvoll. Mist, das Geschirr hätte ich gestern Abend erledigen sollen, aber Jenny hatte gedrängelt. Mann, tut mir leid, ich wollte eigentlich, es ist Jennys Schuld, die musste unbedingt. Ist noch Kaffee da? Ich nahm die Kaffeedose vom Regal und lugte hinein. Man müsste mal wieder einkaufen gehen. Ich kratzte den Rest aus der Dose und warf ihn in die French Press. Nimmst du Zucker? Bist du immer noch betrunken? Du weißt genau, dass ich keinen Kaffee trinke. Alfons drehte sich um und musterte mich. Ich deutete mit dem Daumen über meine Schulter. Ich meine sie. Alfons sah in die angedeutete Richtung. Wen? Ja, Milla glaubt zunächst, sie hätte die Besucherin auf einem ihrer zahlreichen Friedhofsbesuche aufgesammelt. Milla liebt es nämlich, sich auf Friedhöfen aufzusammeln. Und jetzt versucht sie, den ungebetenen Gast dorthin zurückzubringen. Als ich die Wohnung verließ, folgte mir die Frau kommentarlos. Unten vor dem Laden war Ömer, der Gemüsehändler, dabei, liebevoll Äpfel zu arrangieren. Ey, Milla, was geht? Ömer nieste, wischte sich mit der Handkante ein paar Tröpfchen aus dem schwarzen Schnurrbart und grinste mich begeistert an. Willst du Apfel? Er schwenkte die Frucht vor meinem Gesicht. Ich wagte es. Hast du auch einen für sie? Ich deutete auf die Topfhutfrau. Ömer sah mich einen Moment lang perplex an, brüllte dann vor Lachen und schlug mir auf die Schulter, sodass ich zwei Schritte nach vorne stolperte. Hey, Klauen verfrühstückt, oder? Er drückte mir den Apfel in die Hand und verschwand prustend im Laden. Meine Knie wurden weich. Hilflos sah ich zu der Frau, die mit unbeteiligter Miene neben mir stand. Okay, 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 murmelte ich. Alles okay. Gedanken flatterten schwerfällig wie angesenkte Motten in meinem Kopf herum. Fonsi hatte mich nicht auf den Arm genommen. Niemand außer mir sah diese Frau. Es gab drei Möglichkeiten. Erstens, ich hatte es gestern endgültig übertrieben. Zweitens, jemand hatte mir was ins Glas gemischt. Drittens, ich wurde verrückt. Auf dem Friedhof war es saukalt. Frostelnd zog ich die Schultern hoch und kroch tiefer in den Schal. Meine steifgefrorenen Finger klemmte ich unter die Achseln. Kommt dir irgendwas bekannt vor? Die Frau zuckte mit den Schultern und tapste schweigend neben mir her. Das Gesicht grämlich verzogen. Jetzt hör mal, wir latschen schon ewig rum, raunste ich. Wegen dir friere ich mir doch den Arsch ab. Eine alte Dame, die an uns vorbeiging, warf mir einen verstörten Blick zu. Du hättest dich wärmer anziehen können. Wir haben schließlich erst Anfang März, bemerkte die Frau mit Hutspitz. Geht's noch? Schnaubte ich und drehte mich zu ihr um. Du tauchst einfach bei mir auf und schlaubergerst herum. Falls ich die hier aufgelesen habe, war das nicht mit Absicht. Ich hab dich zurückgebracht und jetzt tschüss. Im Weggehen draht ich ärgerlich nach einem Schneehaufen. Die Sohle meines Stiefels rutschte weg und ich landete auf dem Hintern. Ich schlug mit der Faust in den Schnee. Frustriert blieb ich sitzen, fingerte in meiner Jacke nach dem Lederbeutel mit Tabak und drehte mir eine Zigarette. Ich nahm einen tiefen Zug, bevor ich mich aufrappelte, den Schnee von meiner nassen Kehrseite klopfte, den Schmerz wegrieb. Die Fremde betrachtete mich ungerührt. Sie schnalzte. Das Geräusch sägte an meinen Nerven. »Findest du, dein Leben ist bis jetzt vorteilhaft gelaufen?« Ich kniff die Augen zusammen. »Und was, wenn ich fragen darf, geht dich das an? Ach, lass mich!« Ich winkte ab und stampfte davon. Normalerweise konnte ich Stunden auf Friedhöfen verbringen. Besonders gern war ich hier auf dem Sophienfriedhof. Ich liebte die melancholische Stimmung, die Ruhe, die über den Gräbern lag, die Erinnerungen, die in den Zweigen der alten Bäume hingen, wie Fetzen, die der Wind dorthin verweht hatte. Wenn ich unter dem Mosaik des Tores hindurchschritt, hatte ich das Gefühl, als würde ich auf wundersame Art zu einer anderen, deutlich besseren Ausgabe meines Ichs. Heute, mit dieser komischen Frau neben mir, hatte der Zauber nicht gewirkt. Mir war mulmig zumute, und das lag nicht ausschließlich an den Mengen von Wodka gestern Abend. Es war diese grauenvolle Person, aufgetaucht aus dem Nichts, die mein ohnehin kompliziertes Leben noch komplizierter machte. Vor meinem Lieblingsgrab blieb ich stehen. Die Statue einer zu Tode betrübten Frau saß inmitten einer Anordnung aus Säulen. Eine in die Mauer eingelassene Bank lud ein, mitzutrauern. Auf einer Tafel stand in verwitterter Schrift, »Du warst für mich die ganze Welt.« Wie jedes Mal, wenn ich vor diesem Grab stand, gab es mir einen Stich ins Herz. Mich liebte keiner, ich war nichts, für niemanden. Mir passierte ständig nur Mist, es war, als ob ich in einer Verhängnisblase fest säße. Jede Nacht träumte ich den gleichen Traum, der mich lähmte, der mich und mein Leben im Griff hatte. Ich stieg die beiden Steinstufen hinauf und ließ mich auf der Bank nieder. Vor einem halben Jahr hatte ich auch hier gesessen, als unvermittelt ein Kerl in einer grau-grünen Uniform aufgetaucht war. »Alles okay mit dir?« Ich schwieg und musterte ihn misstrauisch. Er war groß, dürr, rötliche Strubbelhaare schauten unter der Uniformmütze hervor. Ein Fünf-Tage-Bart stachelte aus seinem Gesicht. Spontan stufte ich ihn als ungefährlich ein. »Nein, wieso?« Der Strubbelige hatte sich mit etwas Abstand neben mich gesetzt, umständlich eine Zigarette gedreht und sie mir mit großer Geste gereicht. Bei der Erinnerung musste ich schniefen. Inzwischen wohnten wir zusammen, mehr nicht. Fonzi war echt eine gute Haut. »Bist du ein Friedhofsbulle?« »Bestattungsunternehmen?« Er legte den Kopf in den Nacken und blies Rauchkringel in den Himmel. Eine Fähigkeit, die mich schon immer entzückt hatte. Und eine weitere Sache, die ich niemals hinkriegen würde. Er schwieg, wartete ab und kringelte Rauch. »Ich fühle mich vom Leben gemobbt,« brachte ich schließlich heraus und zog meine Ärmel über die Finger. Meine abgekauten Nägel gingen den Typen nichts an. »Hm. Warum ist immer alles so?«, jammerte ich. »Wie ist das denn?« Träumerisch blies er einen großen Ring und schickte einen kleinen hinterher, der durch den Vorgänger hindurch schwebte. Ich verabschiedete mich von meinem letzten Reststolz. Ich habe meinen Job verloren und die Leute aus meiner WG haben mich vor die Tür gesetzt. Im Augenblick befinde ich mich am Anfang eines sehr langen, sehr dunklen Tunnels. Ich lachte bitter. Alles an einem Tag. Willkommen im Leben, der Milla L. Der Uniformierte stand auf und deutete eine Verbeugung an. Alphons Ritter. Ich nickte matt. »Ich will endlich glücklich sein!« Alphons' ungleich angeordnete Augenbrauen krochen in die Höhe. Er sah mich an, als hätte ich etwas Obszönes gesagt. Die Fähigkeit, glücklich zu sein, ist ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes, der zwölften Fee. Oder dem Umstand zu verdanken, dass deine Mutter in der Schwangerschaft das Richtige gegessen hat. Ich schnaubte. Sowas wie Glückskekse vielleicht? Bei mir war mit Sicherheit keine Fee anwesend. Und Gott? Ich verzog das Gesicht. Ich weiß nicht. Glaubst du, dass man lernen kann, glücklich zu sein? Ich stelle der Ingra jetzt ein paar Fragen. Und zwar, was uns alle interessiert. Vielleicht magst du ein bisschen über die Entstehung von deinem Buch erzählen. Sehr gern. Ja, die Modigliani-Frau kam zu mir. Tatsächlich, also ich habe eine Praxis für Psychotherapie. Und da habe ich einen Vorhang. Der besteht aus lauter Porträts von Modigliani. Der hat ja hauptsächlich Porträts gemalt, falls die jemand kennt. Und diese Frau mit Hut starrte mich immer wieder an und hat irgendwie verlangt, dass ich eine Geschichte mache. Und ja, bei mir fangen die Geschichten eigentlich immer mit den Figuren an. Die Figuren sind zuerst da und dann entsteht so langsam die Geschichte, die ich dann plotte und schreibe. Du hast gerade schon erzählt, die Figuren kommen zuerst bei dir. Wie ist denn da die Reihenfolge? Also da war es, wie gesagt, die Modigliani-Frau zuerst. Und dann dachte ich, naja, wo kommt die her? Warum sie Modigliani-Frau heißt, ist tatsächlich auch im Buch dann enthüllt. Dann kam natürlich Milla, die ihr Leben einfach nicht auf die Reihe kriegt. Und die jemand brauchte, der ihr mal sagt, wo es lang geht, um sie irgendwie vor dem kompletten Untergang zu retten. Und die Modigliani-Frau erscheint eben an einem Punkt in Millas Leben, wo es wirklich ganz düster ist. Wie bist du auf die Idee zu der Geschichte und den Figuren gekommen? Kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Also es dauert ja auch immer tierisch lange, so von der Idee, wenn man ein Buch schreibt, bis das dann so fertig in der Hand ist. Weißt du selbst als Autorin, da arbeitet man lang dran. Und irgendwie kommt die dann. Also wenn ich so einen Haken dann habe, dann geht das immer weiter in meinem Kopf, egal wo ich bin. Und irgendwann entsteht dann die Geschichte. Und dann schreibe ich das sorgfältig auf und plotte und recherchiere noch, wenn Recherche nötig ist. Jetzt bei den zeitgenössischen Romanen ist das nicht so der Fall, aber bei meinen historischen auf jeden Fall. Ja, deswegen, also wie ich auf die Idee kam, weiß ich nicht mehr. Die ist dann irgendwann in meinem Kopf und will geschrieben werden. Und die Idee zu deinem Ort und warum hast du gerade den Ort ausgewählt? Warum habe ich gerade Berlin ausgewählt für Miller? Weil irgendwie passte sie dahin, fand ich. Also mich persönlich freut das. Mich freut es auch, weil jetzt kann ich hier lesen und ich finde das ganz toll, das passt super. Also zuletzt habe ich auf der Leipziger Buchmesse gelesen letzte Woche. Das war natürlich ein ganz anderes Ambiente und deswegen finde ich das hier jetzt auch so ganz zauberhaft. Außerdem wohnt meine wundervolle Tochter hier und ich konnte sie dann gleich auch noch besuchen. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Und dein letzter Leseteil endet ja mit dem Thema Glück. Glaubst du, dass man das lernen kann, glücklich zu sein? Also aus der psychotherapeutischen Seite her muss ich sagen, ja, das kann man. Man kann sein Gehirn trainieren. Man kann es, also wenn man immer mit negativen umgeben ist, auch mit negativen Menschen oder negative Gedanken denkt. Wir denken circa 65.000 bis 70.000 Gedanken am Tag und das sind meistens die gleichen alten, dummen Gedanken vom gestrigen Tag und vom vorgestrigen. Und man kann sein Gehirn tatsächlich trainieren, glücklich zu sein, indem man dankbar ist für die schönen Dinge im Leben, indem man auch dankbar ist für die einfachen Dinge im Leben, dass man warmes Wasser hat und was zu essen und Kleidung. Und wenn man das tut und die schönen Dinge sieht, also ich gehe hier durch Berlin, ich bin irgendwie so ein Landei so aus der Ecke von München und wenn ich hier durch Berlin gehe, dann bin ich immer so, oh, was hier alles gibt und so tolle Sachen und so viel Graffiti und oh mein Gott und mitten in der Stadt kommt dann das und Blümchen durch den Asphalt im Knallorange und das finde ich einfach ganz zauberhaft, solche Momente. Und wenn man die wahrnimmt und mit offenen Augen durch die Welt geht, dann glaube ich ja, dass man lernen kann, glücklich zu sein. Was ist für dich Glück? Glück ist zum Beispiel Familie, ganz, ganz wichtig. Meine Kinder, mein Enkel, meine Freunde, das ist immens wichtig für mich. Für mich ist wichtig, dass ich das liebe, was ich tue. Und das ist Schreiben und ja, auch die Arbeit in meiner Praxis liebe ich. Das ist eigentlich Glück. So die kleinen Momente, die stillen, im Garten zu sitzen, Vögeln zuzuhören, ein bisschen in der Erde zu wühlen. Oder eben dann der Moment, wenn ich ein Buch fertig geschrieben habe und vom Verlag die Bücherkiste ankommt und ich denke so, boah, jetzt habe ich das in der Hand, das hat so lange gedauert. Und dann bin ich meistens schon am nächsten dran zu schreiben und ja, auch das ist Glück. Ja, dann mache ich mal hier weiter mit Miller. Also auch in den nächsten Tagen kriegt sie diese merkwürdige Frau nicht rum, die nörgelt ständig, nicht weg, sie nörgelt ständig an ihr rum, macht ihr Vorhaltungen und provoziert sie schließlich so, dass Miller aus reinem Trotz auf eine Versteigerung geht und was dort passiert, hört ihr jetzt. Vor dem Auktionshaus wartete schon ein Haufen Leute. Offenbar war es der letzte Schrei, übrig gebliebene Koffer zu ergattern. Als die Türen geöffnet wurden, drängte ich mich durch die Menge, um mir einen Platz ganz vorn zu schnappen. Ich warf mich auf einen Stuhl. Die restlichen Plätze blieben unbesetzt. Sie deutete mit dem Kinn auf einen Nebenraum. Die klugen Leute schauen sich die Ware zuerst an. Ich ließ mich nicht verunsichern. Die sehen auch nicht, was in den Koffern ist. Im Radio hieß es, dass die Koffer ungeöffnet versteigert werden. Nach und nach füllte sich der Saal. Pünktlich um elf bestieg ein geschniegelter Kerl in Nadelstreifenhose und wässte das Podest, begrüßte das Publikum mit salbungsvollen Worten, als wäre er Moses persönlich, und wies darauf hin, dass das Mindestgebot bei 20 Euro liege. Ein Assistent trug das erste Objekt herein, einen kleinen, pinkfarbenen Hartschalenkoffer. Na, wie wär's damit, lockte meine Begleiterin. Wirklich nicht, so ein Tussenteil, da passen doch nicht mehr als ein paar rosa Hotpants rein, knurrte ich und ignorierte die Seitenblicke der Frau neben mir. Der Auktionator pries das Püppiköfferchen in den höchsten Tönen, schließlich erbarmte sich jemand und machte ein Gebot. Niemand sonst war erpicht auf den Koffer und der Zuschlag wurde erteilt. Das nächste Teil war ein schrankähnliches Stoffding, groß genug, um eine Leiche zu beherbergen. Ich beschloss, auch dieses Mal nicht zu bieten. Manchen Leuten ging es anscheinend um Menge und die Gebote kamen zügiger. Der Leichenschrank bekam einen neuen Besitzer und weitere verwaiste Gepäckstücke wurden gebracht. Bei jedem neuen Stück horchte ich in mich hinein. Würde ich es wissen, wenn der Koffer auftauchte, der den Start in ein mein neues Leben bedeutete? Ein Stück nach dem anderen wurde herbeigeschleift, ich wurde immer unruhiger. Ohne Beute würde ich hier nicht weggehen. Verbeulte Alu-Koffer, nicht sagende schwarze Plastikschalen, quietschbunte Koffer, einer nach dem anderen wurde ersteigert. Erwartungsvolle Gesichter, aufgeregtes Flüstern. Im Raum waberte eine Stimmung, wie sie zu Weihnachtsabend-Wohnzimmern herrschen musste. Nervös sah ich zur Wanduhr hinüber, noch eine Viertelstunde. Der abgekämpft aussehende Assistent schleifte den nächsten Koffer heran. Ein windiges, unscheinbares Ding, narbiges, braunes Leder, nicht besonders groß, die Ecken abgestoßen. Der Koffer sah so aus, wie ich mich fühlte. Sie schnalzte, wie ich dieses Geräusch hasste. Etwas an dem Narbending erregte meine Aufmerksamkeit. Barg dieser armselige Koffer die größten Schätze, die nur darauf warteten, in meinen Armen zu landen? Ich kaute an meinen Nägeln. Wie konnte ich sicher sein, dass das mein Koffer war? Der Nadelstreifige rief zum ersten Gebot. Meine Hand schob sich automatisch nach oben. Natürlich musste sie ihren Senf dazugeben. Nicht dein Ernst, dieses schäbige Ding! Die junge Dame mit der gelben Mütze 20 Euro. 20 Euro Herrschaften bietet jemand mit. 20 Euro für diesen vielversprechenden Koffer. 20 Euro. Da drüben die Dame mit 25 Euro. Das Gebot wurde erhöht auf 25. 25 Euro für dieses gute Stück. 25 zum ersten. Ich schielte zu meiner Mitbieterin hinüber. Typ Studentin, vegane Erscheinung, teure Klamotten, schwarze, eckige Nerdbrille in Begleitung eines smarten Bürschchens. Sicher nicht. Keineswegs würde mein Koffer an diese Tochter aus gutem Hause fallen. Entschlossen wedelte ich in Richtung des Gestreiften. 30 Euro die junge Dame mit der gelben Mütze. 30 Euro für diesen interessanten Koffer. 30 Euro jemand mehr. 35 Euro hier drüben. 35 zum ersten. Miststück. Ich hob die Hand und funkelte gleichzeitig meine Widersacherin an. Jetzt erst recht. Das Schnalzen riss mir an den Nerven. Das ist ein Wettstreit. Die Dame hier bietet 40 Euro. 40 Euro zum ersten, zum zweiten und... Die Brille beugte sich vor, grinste mich an und gab dem Auktionator lässig ein Zeichen. Der Bursche neben ihr schüttelte den Kopf und machte eine Bemerkung. 45 Euro sind geboten. 45 Euro für dieses Stück. 45 zum ersten, zum zweiten und... Er holte mit seinem Hämmerchen aus. Ich war kurz davor, auf die Bühne zu springen und den Koffer an mich zu reißen. Harpunengleich schoss mein Arm in die Höhe. Und da haben wir 50 Euro. 50 zum ersten, zum zweiten. Ich hielt die Luft an. Und zum dritten, da sag ich herzlichen Glückwunsch. Die Dame mit der gelben Mütze hat dieses originelle Stück ersteigert und damit sind wir am Ende unserer packenden Auktion angekommen. Ich hoffe, sie bald wieder in diesem Hause begrüßen zu dürfen. Mit triumphierendem Grinsen sah ich zu meiner Gegnerin hinüber, die einen gestenreichen Disput mit ihrem Begleiter ausfocht. Ha! Meine Glückssträhne startete in diesem Augenblick. Ich spürte es genau. Der Assistent drückte mir einen Zettel in die Hand, mit dem ich glückstrunken in den Nebenraum taumelte. Mein Höhenflug hielt genauso lange an, bis das nächste Schnalzen ertönte. Irgendeinen Plan, womit du die Miete diesen Monat zahlst oder Essen kaufst? Im Übrigen will Alfons sein Geld wiedersehen. Oder willst du ihn Naturalien bezahlen? Sie schniefte und wischte sich mit dem Handrücken über die Nase. In dem Koffer ist bestimmt nur Schrott. Vor meinem Zimmer drehte ich mich zur Modigliani-Frau um. Du bleibst draußen, ich will allein sein. Mein Zeigefinger stach ins Leere. Als sie die Tür hinter mir schloss, saß sie auf dem Stuhl am Fenster. Einen Moment lang musste ich die Augen schließen. Ich warf den Koffer aufs Bett, probierte, die Schnappschlösser zu öffnen. Abgeschlossen. Natürlich gab es keinen Schlüssel dafür. Sie schnalzte. Ich atmete sehr tief ein. In meinem Rucksack hatte ich ein Taschenmesser. Einen Schnitt im Handballen später klappte ich siegessicher den Deckel hoch, verkniff mir die kindische Versuchung, ihr die Zunge herauszustrecken. Noch bevor ich alles durchwühlt hatte, zählte sie auf, was der Koffer hergab. Ein Faltenrock, altrosa. Zwei Paar Damenstrumpfhosen, ein Twinset, altrosa. Ein Paar Hausschuhe, ein Nachthemd, eine Strickjacke, ebenfalls altrosa. Ein Kulturbeutel, Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, Kamm, Kölnisch Wasser. Ein Buch. Das dunkle Reich der Vampire. Gratuliere. Wirst du die Sachen bei der Eröffnung deines Hasen- und Hühnercafés tragen? Ich saß auf dem Bett, den Kofferinhalt um mich herum verstreut. In mir war es so leer, so leer wie der schäbige Koffer, dessen Duftgemisch aus Lavendel und Mottenkugeln sich unaufhaltsam in meinem Zimmer ausbreitete. So leer wie meine Vergangenheit und wie meine Zukunft. Wie kann ein Mensch nur so dämlich sein, sein Leben auf dem Inhalt eines alten Koffers aufbauen zu wollen? Ich packte das dunkle Reich der Vampire und warf es mit aller Kraft nach ihr. Das Buch knallte an die Wand. Ein paar Seiten flatterten heraus. Eines der Blätter segelte aufs Bett und landete mit einer eleganten Drehung neben mir. Mein Blick blieb daran hängen. Es war ein Brief. Ich griff danach. Die tintenblaue Handschrift schlängelte sich altmodisch über das Blatt. Mein letzter Wille las ich halblaut. Welche Rolle spielt das Testament? Ja, das Testament ist der Auslöser für den Roadtrip, den Miller jetzt anfängt und natürlich die Modigliani-Frau im Gepäck hat. Sie will nämlich unbedingt herausfinden, was es mit diesem Testament auf sich hat. Sie hofft natürlich insgeheim, dass wenn sie den Besitzer des Testaments finden würde, dass eine große Belohnung für sie rausspringt, weil sie ist ja immer noch dringend auf Geld angewiesen und möchte endlich mal auf die Sonnenseite des Lebens schauen. Wie kam es zu der Idee mit dem Koffer? Ja, das ist eine lustige Geschichte. Ich habe einer Freundin geholfen, die Wohnung ihrer Tante auszuräumen, die umzog ins Altersheim. Und da war in diesem Keller tatsächlich so ein Koffer, wie ich ihn da beschreibe. Wenn ich nicht so weit reise, habe ich den auch in der Regel dabei und habe da meine Bücher drin. Aber der ist jetzt zu Hause geblieben. Aber wer auf Instagram oder Facebook gucken möchte, da findet man diesen Koffer auch. Wie gehst du allgemein mit Gegenständen in deinen Büchern um? Ja, eigentlich haben die immer eine Bedeutung. Also entweder sind es Gegenstände, die in meinem Leben vorkommen oder die ich irgendwo gesehen habe oder die einfach meine Aufmerksamkeit erregen. Also ich gehe immer durch die Welt und sammle Menschen und die kommen dann in meinen Büchern vor. Also passt auf. Es heißt ja auch so immer so schön, leg dich niemals mit einer Autorin an, sonst bringt sie dich im nächsten Buch um. Kann auch passieren. Nee, aber ich gucke halt immer so und wenn mir Dinge auffallen, dann sammle ich die in meinem Kopf beziehungsweise ich habe auch immer ein Notizbuch dabei und schreibe mir Dinge auf. Und wenn ich die dann verwenden kann, ich habe so eine ganze Sammlung und wenn das dann irgendwo reinpasst, dann benutze ich die. Vielen Dank. Ja, also Milla hat sich auf den Weg gemacht. Sie hat eine etwas verunglückte Begegnung mit der mitfahrtzentralen Dame gehabt und jetzt wurde sie an einer Raststätte ausgesetzt. Dort trifft sie eine Astrologin und die nimmt sie mit in ein Seminarhaus. Ein eigenartiges Geräusch katapultierte mich in die Wirklichkeit. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich in der Nacht den Handywecker gestellt hatte. Im Dämmerlicht tappte ich zu meinem Handy am anderen Ende des Raumes und stieß mir den Zeh am Tischbein. Fluchend hopste ich weiter und drückte den Alarm weg. Das Geräusch hörte nicht auf und endlich merkte ich, dass es von draußen kam. Arme Welt, wenn Leute Hähne nicht von Handys unterscheiden können, tönte die Modigliani-Frau. Ich war zu müde, um mit ihr zu streiten, griff nach meiner Zahnbürste und taumelte in den Waschraum. Schöpfte mir eiskaltes Wasser ins Gesicht. Mangels Bürste, die lag im Badezimmer in Berlin, fuhr ich mit den Fingern durch die Haare. Es war sechs Uhr zehn und der Hahn schrieß sich die Seele aus dem Leib. Die letzten zehn Jahre hatte ich in der Großstadt gelebt, war an das Lärmchaos von Autos, S-Bahnen, Müllfahrzeugen und Betrunkenen in meinem Viertel in Berlin gewohnt. Das Krähen eines Hahns kam mir fremd und bedrohlich vor. Ich stülpte meine Inkognitum-Mütze über und schlurfte in die Küche. Ein riesiger Raum, offenbar war das Gebäude früher einmal ein Gutshaus gewesen. Der Herd war halb so groß wie die Küche in Alfons Wohnung. In der Spüle stapelten sich schmutzige Teller, Töpfe und Besteck. Mein Magen knurrte inzwischen laut genug, um gegen den Hahn antreten zu können. Da ich schon einmal wach war, beschloss ich, Punkte zu sammeln und spülte das schmutzige Geschirr. Es war eine Menge und als ich die Pfannen beiseite stellte, läuteten die Kirchenglocken halb acht. Ich war zufrieden mit mir, bis... Dort steht eine Spülmaschine, bemerkte die Modigliani-Frau und beäugte einen Rest Ei an der Bratpfanne. Ich riss die Pfanne an mich und besserte nach. Das hättest du mir auch früher sagen können. Hast du nichts Besseres zu tun, als ständig hinter mir herzurennen? Nerv wen anderen! Bevor sie antworten konnte, ging die Tür auf und Marie marschierte in die Küche. Sie hatte einen ähnlichen Gang wie Helena. Astrologen und Menschen in deren Dunstkreis schienen Selbstbewusstsein mit Löffeln gefressen zu haben. Kein Haar tanzte aus der Reihe, als Marie sich suchend umsah. Ich dachte, du redest mit jemandem. Übrigens, wir haben eine Spülmaschine, aber trotzdem danke. Trotzig zupfte ich an einer Haarsträhne, die unter der Mütze hervorsah. Hab sie zu spät gesehen. Schau doch bitte, ob der Bäcker die Brötchen schon geliefert hat. Er stellt sie draußen vor das Tor. Danach kannst du im Speiseraum decken. Wir erwarten zehn Teilnehmer, so gegen neun Uhr. Dann könntest du einen Obstsalat machen und wenn du fertig bist, kannst du dir etwas zu essen nehmen. Ich nickte und versuchte mir die Aufgaben einzuprägen. Obstsalat, sicher. Meine Kochkünste beschränkten sich darauf, etwas in die Mikrowelle zu schieben. Das riesige Hoftor war verriegelt, es ließ sich nur schwer über den Kiesboden schieben. Ich entdeckte eine Plastikkiste mit Brötchen und Brezeln neben der Einfahrt, in Berlin stünde die keine drei Minuten. Ich hatte schon oft gesehen, wie Ömer dreiste Diebe verfolgten, die meinten, sein verlockend vor dem Laden aufgestapeltes Obst klauen zu können. Einmal hatte er einen Typen mit dem gezielten Wurf einer Honigmelone niedergestreckt und sich auf ihn gesetzt, bis die Polizei erschien. Ömer prallte noch Wochen danach mit seiner Treffsicherheit. Ich schleppte die Brötchens ins Haus und verteilte sie in Körbe. Der Tellerstapel geriet gefährlich klirrend ins Wanken, als ich ihn auf dem Tisch absetzte, aber ich kriegte die Kurve. Hast du nur eine Sekunde darüber nachgedacht, wo du wärst, wenn ich dich nicht überzeugt hätte, den Eigentümer des Testaments zu suchen? Posaunte es neben meinem Ohr. Ich verzichtete darauf, ihr zu antworten. Zunächst, weil ich zu empört war über ihre Unverschämtheit, dann, weil ich einsah, dass sie Recht hatte. Aus reinem Trotz war ich zu der Kofferversteigerung gefahren, bockig hatte ich Berlin verlassen, beide Male ohne nur eine Sekunde über die Konsequenzen nachzudenken. Hätte die Modigliani-Frau mich nicht provoziert, säße ich in Berlin herum und wäre vermutlich auf dem besten Weg ins nächste Jobdesaster. Danach Frust wegsaufen, Job verlieren, Schulden bei Fonsi und Jenny machen, eine Endlosschleife. Selbst wenn ich keine Ahnung hatte, wohin diese Reise mich führen würde, schlimmer hätte es ohnehin nicht werden können. Sorgfältig deckte ich den Tisch, trat ein Stück zurück und betrachtete mein Werk. Die Gabeln gehören auf die andere Seite und die Servietten fehlen, du Nulpe. Die Modigliani-Frau lümmelte auf dem Stuhl an der Stirnseite des Tisches. Augenblicklich spürte ich Trotz in mir aufsteigen. Mühsam kämpfte ich die Regung nieder, alles zu lassen, wie es war. Ich faltete die Servietten zu Dreiecken, was mit, ein Schwan ist es nicht gerade, aber immerhin, kommentiert wurde und legte das Besteck korrekt hin. Die wirkliche Herausforderung stand mir aber noch bevor, der Obstsalat. Ach was, ich brauchte mir keine Sorgen zu machen, meine neunmal kluge Verfolgerin wusste mit Sicherheit, was zu tun war. Ich schaute in den Kühlschrank, der groß genug war, um eine Schweinehälfte darin aufzubewahren. Es gab Orangenäpfel, Bananen, einen Granatapfel und Weintrauben. Granatapfel hatte ich erst durch Oema kennengelernt. Er hatte sich kaputt gelacht, als er mir einen schenkte und ich in die steinharte Schale biss. Sollte genügen für einen Obstsalat, murmelte ich und nahm die Früchte heraus. Warum hatte ich Oema nie gefragt, ob ich bei ihm arbeiten könnte? Er wäre bestimmt ein fairer Chef, auch wenn er Macho-Gehabe an den Tag legte. Ich nahm mir vor, ihn zu fragen, falls meine Testamentsmission schiefgehen sollte. Ich schnitt das Zeug klein, schaffte es, den Granatapfel ohne allzu große Sauerei auseinanderzubrechen und mischte alles in einer Schüssel. Allmählich begann mir die Sache Spaß zu machen. Vielleicht könnte ich ein Weilchen hierbleiben, mir etwas Geld für die Reise verdienen. Als Hausmädchen hatte ich noch nie gearbeitet. Die Modigliani-Frau ließ sich nicht sehen. Vielleicht machte sie ein Nickerchen, erschöpft von ihren ständigen Nörgeleien. Nachdem ich sämtliche Pflichten erledigt hatte, nahm ich mir Kaffee, den Marie inzwischen in eine Thermoskanne gefüllt hatte, eine Brezel und etwas Butter und verspeiste hungrig den Rest. Geruch und Geschmack der Brezel riefen ein eigenartiges Gefühl in mir hervor. Die Erinnerung daran, wenn man nach langem Toben draußen auf dem Spielplatz ins Warme kam, hungrig und kalt, und wenn der laugenwarme Duft erst der Nase und dann dem Magen schmeichelte. Seltene Momente der Geborgenheit im Kinderheim. Die Sehnsucht, irgendwo hin oder zu irgendwem zu gehören, stieg in mir auf. Gedanken verloren, mampfte ich vor mich hin, bis das Kreischen von Bremsen draußen auf der Straße mich aufschreckte. Kurze Zeit darauf kam eine Frau über den Hof gerannt, ein großes, fedriges, etwas schwenkend, Panik im Gesicht. Hilfe, ich hab einen Hohen tot gefahren, so hilf mir doch jemand, kreischte sie. Eine Tür schlug, eilige Schritte kamen die Treppe herunter. Stimmen riefen durcheinander. Ich legte die angebissene Brezel weg und eilte hinaus. Wie auf Kommando wandten mir Helena, Marie und die Todesfahrerin das Gesicht zu. Das Federbüschel in der Hand der völlig aufgelösten Fremden entpuppte sich als der Hahn. Du hast das Hoftor offen gelassen. Tagsüber laufen die Hühner frei herum, stellte Marie mit gefährlicher Ruhe fest und deutete auf ein großes Schild Bitte, Hoftor, tagsüber immer geschlossen halten, das ich vorher nicht wahrgenommen hatte. Typisch Pluto, dramatische Wendungen, da sind wir mitten in unserem Seminarthema, freute sich Helena. Ich hab ein Tier getötet, dabei bin ich Veganerin, heulte die Frau. Der arme Hahn ist mir plötzlich vors Auto gerannt. Sie nahm den Leichnam in beide Hände und hielt ihn vor sich wie eine Opfergabe. Was soll ich denn nun machen? Hühnerfrikassee rutschte es mir heraus. Neben mir schnalzte es und im gleichen Moment wusste ich, dass ich eine weitere Beschäftigung im Seminarhaus vergessen konnte. Entferne dich aus meiner Aura, zischte Marie prompt. Sie schien sehr verbunden zu sein mit ihren Hühnern. Mein Angebot, den Hahn feierlich zu beerdigen, wurde ignoriert. Ich schüttete den Rest Kaffee hinunter, war froh, dass ich meine Brezel fertig essen durfte und verabschiedete mich von Helena. In jeder Krise liegt eine Chance, gab sie mir auf den Weg. Welche Rolle spielt die Astrologie in deinem Leben? Gute Frage. Eine große, weil ich ja auch Astrologin bin. Also konnte ich gut aus dem Nähkästchen plaudern. Und ja, ich mache seit 20 Jahren astrologische Beratungen und finde es immer wieder wahnsinnig spannend. Und wir haben ja auch schon darüber geplaudert in einem deiner Podcasts. Und ja, so konnte ich auch gleichzeitig die Astrologie etwas auf die Schippe nehmen, weil es natürlich auch Auswüchse gibt, die mit klassischer Astrologie nichts zu tun haben. Also ich arbeite immer nach der Methode von C.G. Jung, dem Gegenspieler zu Sigmund Freud. Der hat viel mit Träumen gearbeitet, mit Archetypen. Und in der psychologischen Astrologie ist einfach ganz viel zu finden und daraus zu lernen. Was bedeutet Astrologie für dich? Ja, also ich kann das nicht mehr wegdenken aus meinem Leben. Und immer wieder kommen dann Menschen zu mir und sagen, wie kannst du das wissen? Du kennst mich doch gar nicht. Oder du kennst ja mein Kind. Du kennst mein Kind doch gar nicht, wenn ich Horoskope erstelle. Und für mich ist es einfach wichtig für die Arbeit, weil ich viel auch in Therapien viel passgenauer arbeiten kann, weil ich weiß, was der Mensch, der vor mir sitzt, braucht. Wie ich mit ihm spreche oder nicht spreche und was einfach die wahre Kernpersönlichkeit ist, weil das kann man daran sehen. Ja, dann geht es weiter mit Millas Odyssey. Sie ist nicht mehr im Seminarhaus, wie ihr gehört habt. Und jetzt kommt sie zu einer Gärtnerei. Meinen Rucksack geschultert, den Koffer in der Hand, stand ich auf der Dorfstraße. Ein paar Federn klebten auf dem Asphalt, ein Zeugnis meiner neuesten Niederlage. Prima, hast du das wieder hingekriegt. Erste Sahne, Mann, 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 Mann. Im fahlen Wintermorgenlicht sah die Modigliani-Frau übel aus, faltig, verlebt, schmuddelig und boshaft bis über die Hutkrempel. Jetzt hast du sogar ein Leben auf dem Gewissen. Wie willst du das toppen? Ohne dass ich es wollte, liefen mir die Tränen herunter. Am liebsten hätte ich mich auf die Straße gelegt, um das Schicksal des Hahns zu teilen. Aber ich ging immer weiter wie ein Automat. Während ich so vor mich hin marschierte und finstere Gedanken sich in meinem Kopf herumschoben, fiel mir auf, dass heute mein Geburtstag war. Wenn mein neues Lebensjahr so werden würde, wie sich dieser Tag bis jetzt entwickelt hatte, na dann Prost! Die wenigen Autos, die vorbeifuhren, übersahen meinen ausgestreckten Daumen und so lief ich immer weiter, in der Hoffnung, irgendwann auf eine Bushaltestelle oder wenigstens einen Wegweiser zu stoßen, während die Modigliani-Frau mich beschimpfte und verhöhnte. Es Schnee regnete und ich fror. Sehnsüchtig dachte ich an die gemütliche Wärme unserer WG-Küche in Berlin. Was gäbe ich jetzt um einen heißen Tee mit Alfons aus seinem Urnenregal? Als ich eine gefühlte Ewigkeit gegangen war, tauchten mehrere Gebäude auf, Gewächshäuser und ein baufällig wirkendes Haus. Die Tür stand sperrangelweit offen. Am Zaun hing schief ein handgeschriebenes Schild mit der ungelenken Aufschrift Keuter und Duftpflanzen, Benedikt Distel Offenbar kümmerte es diesen Benedikt Distel nicht, dass Buchstaben auf seinem Firmenschild fehlten. Vielleicht sollte es ihm ja nichts sagen. Bei der Gelegenheit könnte ich fragen, ob es eine Bushaltestelle gab. Ich ging zum Haus. Du bist genau die Richtige, um andere zu belehren, spöttelte die Modigliani-Frau mir auf dem Fuß folgend. Hallo? In einem der Gewächshäuser schepperte es. Ich hörte das Splittern von Glas und einen unterdrückten Aufschrei. Hallo? Brauchen Sie Hilfe? Jemand ächzte. Der Laut kam aus dem Gewächshaus. Ich lief hin. Eine baumähnliche Pflanze lag quer über dem Gang. Eine Glasscheibe war zerbrochen. Das Gewächs bewegte sich. Ich erkannte ein gummibestiefeltes Bein und eine blutige Hand zwischen den Blättern. Beherzt griff ich zu und bekam einen Stamm zu packen. Ich zerrte ihn mit aller Kraft hoch, knurrte vor Aufregung, du könntest mal ruhig mit anpacken in Richtung Modigliani-Frau und schließlich gelang es mir, die Pflanze, die intensiv nach Maggi roch, auf den Wurzelballen zu hieven. Ich lehnte den Maggi-Baum an die Wand. Ein alter Mann lag vor mir auf dem Boden. Ein Strohhut verdeckte die obere Hälfte seines Gesichts. Die untere Hälfte bestand aus einem grauen, recht verfilzten Bart. Der Mann trug eine grüne Gärtnerschütze. Es musste sich um Benedikt Distel handeln, der da vor mir lag, niedergestreckt von der eigenen Pflanze. Eine Hand blutete. Ich beugte mich über den Gärtner und nahm ihm den Strohhut vom Gesicht. Er zwinkerte verwirrt und starrte dann mit leerem Blick über meine Schulter. Können Sie aufstehen? Ja. Er blieb liegen. War sein Kopf bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen worden? Vorsichtig fasste ich ihn am Ellenbogen und stürzte ihn, bis er auf den Füßen stand. Es war leichter, ihn aufzurichten, als den umgestürzten Baum. Ich zog eine Kiste heran. Setzen Sie sich erst mal hin. Mit der unverletzten Hand tastete er nach der Kiste und ließ sich umständlich nieder. Ich hockte mich neben ihn. Ich wollte Ihnen sagen, dass bei Ihrem Schild Buchstaben fehlen. Gibt es eine Bushaltestelle in der Nähe? Ich muss nach München. Er schwieg. Von seiner Hand tropfte Blut. Egal, wo haben Sie Verbandszeug Ihre Hand blutet? Der alte Mann sah in die Ferne. Deshalb brennt es so. Verbandszeug ist im Badezimmer. Im Haus. Die Tür ist offen. Okay, ich bin gleich zurück. Ich lief zum Haus, fand das Badezimmer. Desinfektionsmittel, Mullbinde und Pflaster lagen griffbereit im Regal. Benedikt Diestel saß unverändert auf seiner Kiste und rührte sich nicht. Ich bin Milla. Diestel. Er nickte in Richtung der Modigliani-Frau, die ungewöhnlich schweigsam in der Ecke stand. Ich schluckte nervös und nahm seine Hand. Er zuckte zusammen. Ein großer Splitter hatte sich in den Daumenballen gebohrt. Ich konnte kein Blut sehen. Mit zusammengebissenen Zähnen zog ich den Splitter heraus. Nachdem ich die Hand gesäubert und verbunden hatte, atmete ich erst einmal durch. Ich brauchte dringend eine Zigarette. Kann ich rauchen? Davon gehe ich aus. Entweder der arme Gärtner hatte etwas an der Birne oder er verarschte mich. Aber bitte nicht hier drinnen, liebe Frau Miller. Meine Pflanzen vertragen das nicht, setzte er hinzu. Ich sah, wie seine Hand zitterte und er tat mir leid. Wie ist das denn passiert? Diestel seufzte. Ich habe versucht, den chinesischen Gemüsebaum auf die Sackkarre zu setzen. Es hat nicht funktioniert. Ich kann Ihnen helfen. Mit der Hand sollten Sie die nächsten Tage nichts arbeiten. Könnte Dreck reinkommen. Ich rauche jetzt eine und dann schnappe ich mir den Gemüsebaum. Haben Sie keine Mitarbeiter? Danke, da haben Sie recht. Das ist äußerst liebenswürdig von Ihnen. Nein, leider nicht mehr. Herr Jakob Weseli hatte einen Todesfall in der Familie und musste abreißen. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Nein, lieber nicht. Wie Sie selbst sagten, meine Hand. Mir wurde das alles zu viel. Ich stieg über den Gemüsebaum ins Freie, entfernte mich weit genug, um keine der Pflanzen zu vergiften. Schließlich wollte ich mich nicht noch des Pflanzenmordes schuldig machen. Ich zündete meine Zigarette an, die letzte für einige Zeit, mein Tabak war alle. Während ich den Rauch gierig einsog, reifte ein neuer Plan in mir. Ideenreich war ich schon immer gewesen. In meiner Kindheit war diese Eigenschaft nicht auf Gegenliebe bei den Erwachsenen gestoßen. Ein Bild von Frau Hubers garstig herabgezogenen Mundwinkeln und zusammengekniffenen Augen stieg in mir auf. Wieder einer deiner hirnverbrannten Einfälle. Oh, das klang doch sehr nach meiner nervigen Begleitung. War Frau Huber etwa früh verstorben und in Gestalt der Modigliani-Frau zurückgekehrt, um mich wegen des großen Interesses von Herrn Huber an mir zu piesacken? Nicht, dass ich seine Art von Aufmerksamkeit geschätzt oder gar herausgefordert hatte. Ich war zwölf gewesen, als er das erste Mal versehentlich ins Badezimmer gekommen war. Plötzlich fruhr ich. Ich trat die Zigarette aus und ging zurück ins Gewächshaus. Diestl saß auf der Kiste. Der Gemüsebaum lehnte unschuldig an der Wand. Ich hob die Sackkarre auf und fuhr sie unter den Wurzelballen. Wenn sie es schaffen, mit einer Hand die Karre zu halten, kann ich den Baum draufschieben. Diestl wandte suchend den Kopf, als würde er nach etwas lauschen. Mein Gott, ist der umständlich, knurrte ich und packte den Gemüsebaum grimmig am Stamm. Ein scharfes Schnalzen ertönte und aus dem Nichts tauchte die Modigliani-Frau neben mir auf. Hast du es nicht gecheckt? Der Mann ist blind, du blöde Nuss. Verdammt. Damit hatte ich nicht gerechnet. In meiner Welt tasteten sich Blinde mit einem weißen Stock voran und trugen eine gelbe Binde mit drei schwarzen Punkten am Arm, anstatt in Gewächshäusern herumzuturnen. Mensch, ich war vollauf damit beschäftigt, den alten Mann zu retten. Woher soll ich denn wissen, dass der Typ blind ist, wenn er doch mit Bäumen durch die Gegend zieht? Ich werfe Ihnen das nicht vor, Frau Miller, und danke, dass Sie mir helfen. Er setzte seinen Strohhut auf den Kopf. Ich biss mir auf die Lippe. Blind bedeutete nicht taub. Die gute Nachricht war, dass er gleich zog mit allen anderen, für die die Modigliani-Frau nicht sichtbar war. Trotzdem erschien mir die Sache zu kompliziert, um sie zu erklären. Entschuldigung, ich habe laut gedacht, es ist mir nicht aufgefallen, dass Sie... Es wurde Zeit, ihn in meine Pläne einzuweihen. Was halten Sie davon, wenn ich ein Weilchen hierbleiben würde und Herrn... Herr Jakob Wesseli. Wesseli bedeutet gut gelaunt, und das war er, bis seine geliebte Großmutter verstarb, jedenfalls. Wenn ich ein Weilchen hierbleibe und Herrn gut gelaunt vertrete, Sie haben ja gesehen, äh, gemerkt, dass ich mit dem Maggi-Baum fertig geworden bin, dann schaffe ich den Rest auch. An dieser Stelle ertönte eine Schnalzsalve. Sie müssen mir nur sagen, was zu tun ist. Ich kann für Sie einkaufen und sauber machen. Die Modigliani-Frau lachte mit weit geöffnetem Mund laut heraus und schlug sich übertrieben auf die Schenkel. Können Sie Auto fahren, Frau Miller? Ich schwieg perplex. Wann hätte ich je genug Geld gehabt, um den Führerschein zu machen? Ich erinnerte mich, vor dem Haus einen klapprigen Lastwagen mit offener Ladefläche gesehen zu haben. Leider nein. Haben Sie ein Fahrrad? Diestl wirkte unschlüssig. Vielleicht wollte er mehr über seine neue Hilfskraft wissen. Ich bin 26 und auf der Durchreise nach München. Das Leben stellt mir immer wieder ein Bein und mir ist unterwegs das Geld ausgegangen. Die Modigliani-Frau prustete und erntete einen wütenden Blick. Ich rang mit mir. Sie würden mir sehr helfen. Puh, jetzt war es raus. Helena Lovatelli wäre stolz auf mich gewesen. Diestl rückte seinen leicht verbeulten Strohhut zurecht. In Ordnung, Frau Miller. Ich nehme Ihr Angebot an. Genau genommen befinden wir uns beide in einer Zwangslage. Warum also nicht das Beste daraus machen? Sagte er feierlich. Ich entlohne sie selbstverständlich für ihre Arbeit. Kost und Logis sind gratis. Wie bist du auf die Figur Biestl gekommen? Ja, auch das ist eine Frage, die ich gar nicht so beantworten kann. Also wie gesagt, die Figuren kommen und bei jedem meiner Bücher ist es eigentlich so, dass sich Figuren einschmuggeln, die ich von vornherein gar nicht geplant habe. Im Tanz der Schäfflerin, es ist eine mäusegesichtige Nonne. In Nachtschwarz war es die Baroness. Und hier war plötzlich Diestl da. Und da ich mich auch immer sehr viel mit Pflanzen und Kräutern befasse, fand ich das eine schöne Möglichkeit, das Thema mit einzubauen. Du hattest ja vorher auch gefragt, was ich an Events aus meinem Leben einbaue oder was dabei ist. Und Pflanzen sind durchaus eine ganz wichtige Sache für mich. Genau, du hast gerade schon erzählt, dass du dich ja mit Pflanzen und Kräutern auskennst. Vielleicht magst du uns ein bisschen mehr davon erzählen. Ja, also bei der Modigliani-Frau, während Milla bei Diestl ist, lernt sie jede Menge Pflanzen kennen. Unter anderem den Jaugulan, den lebensverlängernden Tee, den Diestl immer macht. Ich weiß nicht, ob die Pflanze jemand kennt. Es ist in der Tat eine ganz tolle Pflanze, die schmeckt so ein bisschen nach Lakritz. Ist natürlich blöd, wenn man keinen Lakritz mag und da gibt es ja auch viele. Aber das ist ein durchaus sehr gesunder Tee, den ich empfehlen kann. Und ich pflanze in meinem mini-kleinen Garten auch viele Kräuter an. Also zum Beispiel Salbei, natürlich alle Küchenkräuter und alles, was man so brauchen kann, um mal schnell einen Tee zu kochen oder eine Tinktur zu machen. Und da experimentiere ich freudig rum. Natürlich gibt es auch viel giftige Pflanzen. Die verwende ich dann eher für meine historischen Sachen. Da bringe ich dann Menschen mit Giftpflanzen um. Aber nicht in der Natur, also nicht in der Realität. Also keine Angst. Dann, ja, erlebt ihr noch wie Milla bei Diestl. Sie bleibt tatsächlich dort. Diesmal vergurkt sie es nicht und sie lernt eine ganze Menge von ihm. Und sie beginnt sich auch zu verändern. Und in diesen Tagen macht die Modigliani-Frau sich rar. Mein stressiges, kaputtes Leben in Berlin schien mir so weit weg, als hätte es in einem anderen Universum stattgefunden, obwohl ich erst vor zwei Tagen aufgebrochen war. Diestl erzählte, wie er als junger Mann nach seiner Ausbildung zum Gärtner die halbe Welt bereist hatte, um die Pflanzen möglichst vieler Länder kennenzulernen. Er hatte in verschiedenen Gärtnereien gearbeitet, wurde aber zusehend abgeschreckt von der Lieblosigkeit des Massenzuchtbetriebs, wie er es nannte. Er träumte von einem kleinen Unternehmen, in dem sich wenige Menschen respektvoll um ausgesuchte und qualitativ hochwertige Pflanzen kümmerten. Diestl schuftete Tag und Nacht, um sich das Startkapital für ein entsprechendes Gelände, für Gewächshäuser und Gerätschaften zusammenzusparen. Es war hart, aber er hatte ein Ziel vor Augen. Wenn man einen Traum verwirklichen will, spielt alles andere keine Rolle, sagte Diestl und biss in eine Gurkenscheibe. Haben Sie Träume, Frau Miller? Außer mir schienen die meisten Leute ein völlig entspanntes Verhältnis zu Träumen und Zielen zu haben. Jenny wollte eine glückliche Familie und ein kleines Haus im Grünen. Von sie träumte von seinen Pappsärgen und von alternativen Bestattungsformen. Nur ich war so beschäftigt damit, mich von einer Schieflage in die nächste zu manövrieren, dass ich keine Zeit für Vorausschau fand. Alles, was ich an Träumen hatte, waren schwarze Albträume. Traurigkeit stieg in mir auf, wie die Quecksilbersäule eines Fieberthermometers bei Malaria. Ich schniefte. Überleben schätze ich. Diestl wischte sich bedächtig die Finger an der Serviette ab. Er beugte sich zu mir. Darf ich Ihr Gesicht befühlen? Ich möchte gerne wissen, wie Sie aussehen, Frau Miller. Einen Augenblick lang wurde ich starr, dann nahm ich seine gesunde Hand und führte sie an meine Wange. Behutsam, als würde er einen Schmetterling berühren, betastete er mein Gesicht. Diestl fuhr zuerst über meine geraden Augenbrauen, deren Enden spitz nach den Schläfen stachen, streifte die Wimpern, als er die Form meiner Augen erfühlte. Danach strich er über die Nase, die gerade und unscheinbar in meinem Gesicht saß, als gehöre sie nicht zu mir, sondern zu einer anderen, angepassten und lebenstüchtigen Person. Er hielt inne, als er meine Tränenspur auf den Wangen berührte, sagte aber nichts. Weinen hatte ich mir eigentlich seit den Hubers abgewöhnt. Er fuhr die Form meines Mundes nach, verweilte an dem spitzen Kinn. Als er nach unendlich langer Zeit die Mütze berührte, wo er meine Ohren vermutet hatte, zuckte er unmerklich zusammen. Ich zog die Mütze ab, damit er meine Haare anfassen konnte. Schwarz, ein paar blaue Strähnen, erklärte ich ihm. Aus welchem Grunde blau? Ich musste ihm eine Antwort schuldig bleiben. Warum tragen Sie eine Mütze im Haus, Frau Miller? Ist Ihnen kalt? Ich fühle mich sicherer, wenn ich eine Mütze trage. Ich habe welche für alle möglichen Stimmungen. Im Augenblick trage ich die gelbe. Steht für gute Laune. Da haben Sie was mit Herrn Wesseli gemeinsam. Während der letzten Minuten ruhte seine Hand auf meinem Kopf leicht wie eine Feder. Jetzt streifte er über meine Wange. Danke, dass ich Sie sehen durfte, Frau Miller. Sie sind sehr hübsch. Ich fand mich weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick hübsch. Und es machte mich unruhig, dass mich jemand hübsch fand. Ein dicker Kloß saß in meiner Kehle. Seit wann sind Sie blind? Auf einer meiner Reisen nach Afrika habe ich mir eine Infektion eingefangen und sie verschleppt. Mein Sehvermögen wurde immer miserabler und eines Tages wachte ich auf und es blieb dunkel. Konnte man nichts dagegen tun? Leider nein, es war zu spät. Wir schwiegen eine Weile. Gibt es eine Liebe in Ihrem Leben, Frau Miller? Sie erwähnten, dass Sie die Wohnung mit einem Herrn teilen. Von Sie? Nein, das ist nur ein Freund. Bedauernd verzog Distel das Gesicht. Er stand auf. Lassen Sie uns aufhören, Trübsal zu blasen, Frau Miller. Kommen Sie, wir gehen hinüber ins Gewächshaus. Ich habe versprochen, Ihnen etwas zu zeigen. Ich folgte ihm und als er die Tür zu einem kleinen Gewächshaus öffnete, beamte es mich beinahe weg. Ein unbeschreiblicher Duft strömte uns entgegen. Vor uns stand ein großer Blumentopf, in dem eine Rangpflanze mit trompetenartigen weißen Blüten wuchs. Betörend, nicht wahr? sagte Distel nach einer Weile leise. Es riecht wie, wie, mir fiel kein passender Vergleich ein. Parfum? schlug Distel vor. Besser, viel besser. Man müsste ein Parfum daraus machen. Was zum Henker ist das? Die Mondwinde. Nur in der Nacht öffnen sich die Blüten und sobald der Morgen anbricht, schließen sie sich wieder. In der Regel werfen sie im Winter die Blätter ab, wenn man sie kalt stellt, aber es ist mir gelungen, eine Pflanze am Blühen zu halten. Ich liebe diesen Duft. Er erinnert mich an die Nächte in Afrika und Asien. Kann man die Blüten trocknen? Ja. Okay. Ich hatte vergessen, dass ich die Fragen genau formulieren musste. Duften die Blüten noch, wenn man sie trocknet? Nein, unglücklicherweise gehört der Duft der Mondwinde nicht zu den Dingen, die man konservieren kann. Er verfliegt im Nu wie zauberhafte Erinnerungen. In dieser Nacht schlief ich zum ersten Mal seit unendlich langer Zeit ein, ohne dass die Schwärze mich ersticken wollte. Das ist ausgesprochen widerlich, Diestl spuckte gerade seinen Kaffee zurück in die Tasse, als ich am nächsten Morgen in die Küche kam. Er schüttelte sich vor Ekel. Was ist los? Salz im Kaffee, sagte er jammervoll. Das Schnalzen klang schärfer als sonst, wahrscheinlich, weil ich es seit gestern nicht mehr gehört hatte. Du blöde Nuss, du hast die Dosen falsch einsortiert. Der arme Mann, jetzt ist er schon blind und du traktierst ihn mit deiner Dämlichkeit und beleidigst seine hochsensiblen Geschmacksnerven. Mit verkniffenem Gesicht beobachtete sie mich. Ich starrte bockig zurück. Dabei fiel mir auf, dass sich etwas an ihr verändert hatte. Ihre Haut war weniger gelblich, die braunen Schatten unter den Augen waren fast verschwunden, und sie wirkte gesünder, nahezu frisch. Was war geschehen? Abgesehen von ihrem Aussehen war sie so unangenehm wie eh und je. Langsam zog ich die rote Achtung, jetzt komm ich Mütze vom Kopf und stopfte sie in meine Hosentasche. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen, bat ich. Sie verschränkte die Arme und grinste mich höhnisch an. Wieso sollte ich das tun? Diestl hob irritiert den Kopf. Frau Miller, wer ist da? Ich hielt der Modigliani-Frau drohend die Faust unter die Nase, sinnlos, aber es half, meinen hilflosen Zorn im Zaum zu halten. Niemand, Diestl, absolut niemand. Ich spreche manchmal mit mir selbst. Ich nahm an, das war es wieder mal mit Job und Dach über dem Kopf, und er verzichtete lieber auf meine Hilfe. Innerlich fing ich schon mal an zu packen. Frau Miller, bitte seien Sie so liebenswürdig und tauschen die Dosen aus. Zucker ganz rechts. Die Dosen sind alphabetisch nach Inhalt angeordnet. Gehorsam tappte ich zum Regal. Entschuldigung, Diestl, es tut mir echt leid. Ich meinte es ehrlich und war im gleichen Moment erstaunt über mich selbst. Ich schwor mir, solange ich bei Diestl sein würde, Ordnung zu halten, peinlich genau darauf zu achten, dass nichts herumlag, worüber er stolpern oder was er verwechseln konnte. Ich wusch seine Tasse aus und schenkte ihm frischen Kaffee ein. Nach dem Frühstück wechselte ich den Verband an seiner Hand. Danach zog ich mangels Führerschein ein rostiges Fahrrad aus dem Schuppen und gondelte damit nach Hof, etwa fünf Kilometer entfernt. Heute war Samstag und wir brauchten frische Lebensmittel. Der eisige Märzwind schnitt mir ins Gesicht, meine Hände liefen blau-rot an und schmerzten vor Kälte. Der Modigliani-Frau war es zu kalt oder sie wollte nicht auf dem Gepäckträger sitzen, jedenfalls war sie nirgends zu sehen. Ich war heilfroh, als ich endlich zurück in der warmen Küche war. Nachdem ich die Lebensmittel sorgfältig an ihren angestammten Platz geräumt hatte, gesellte ich mich zu Distel ins Gewächshaus. Er war dabei, kleine Sträucher abzutasten und geschickt vertrocknete Pflanzenteile abzuknipsen. Es war ein angenehmes Gefühl, mich neben ihn zu stellen und mitzumachen. Seite an Seite arbeiteten wir, versunken in unser Tun, bis Distel am späten Nachmittag wieder in die Hände klatschte und »Feierabend« rief. Während ich in die Küche lief, ertappte ich mich dabei, dass ich eine Melodie pfiff. Ach, sehr schön. Mir fällt noch ein, du hast vorhin gefragt, wie ich auf den Distel kam und jetzt fiel es mir auch tatsächlich wieder ein beim Lesen, weil ich für die Blitz, das ist eine Zeitung für sehbehinderte Menschen hier in Berlin, lese ich immer Texte ein ehrenamtlich. Und so kam dann irgendwie die Verkettung, den blinden Kräutergärtner mit reinzunehmen. Ah, okay. Wie ist das bei dir, wenn dir die Ideen so zufliegen? Bist du eher der Bauchschreiber? Planst du, also machst du einen richtigen Plot? Ich plotte total, weil ich ja tatsächlich meinen Brotberuf habe. Also vom Schreiben, wenn man nicht zu den hundert wenigen Schriftstellern in Deutschland gehört, die wirklich vom Schreiben leben können, muss man einen Brotberuf haben. Den habe ich mit der Praxis. Und natürlich ist dann jeder Tag anders. Und ich habe jetzt nicht tagelang Zeit, auf die Muse zu warten, während ich unter einem Olivenbaum sitze mit meinem Strohhut auf bretonischen oder toskanischen Ländereien, wie man das manchmal so schön auf den Büchern hinten drauf sieht. Deswegen muss ich einfach die Zeit nutzen, die ich habe. Und deswegen plotte ich sehr genau. Also wenn ich eine Idee habe, dann überlege ich mir, was ist der Höhepunkt der Geschichte? Wie ist der Aufbau? Was ist das Ende? Das Ende muss ich auf jeden Fall kennen, vor allem, wenn es Krimi ist. Und dann plane ich Figuren. Also die sind ja meistens zuerst da. Ich charakterisiere die Figuren. Ich erstelle den meisten Figuren tatsächlich ein Horoskop, weil dann weiß ich genau, wie ihre Persönlichkeit ist. Und dann setze ich das alles zusammen. Dann habe ich ein Raster, was mir einfach möglich macht, dass ich jederzeit einsteigen kann. Wenn ich eine Stunde habe, dann weiß ich genau, okay, jetzt bin ich da in der Szene. Da passiert das und das. Ich schreibe mir Stichwörter, was da passiert. Und dann kann ich losschreiben und diese halbe Stunde nützen. Neben deinem Praxisalltag, wie sieht dein Schreiballtag vor? Also die meisten Leser können sich das ja nicht vorstellen. Die lesen das Buch und denken so, okay, jetzt bin ich fertig. Wann kommt das nächste Buch? Aber da steckt ja so viel Arbeit dahinter. Vielleicht magst du so ein bisschen mal was davon erzählen, damit sich jeder Leser und jetzt auch Hörer ein Bild davon machen kann. Ja, wie gesagt, also es ist die Idee und dann muss man gucken, trägt die Idee, gibt es genug für eine ganze Geschichte her oder ist es vielleicht auch nur eine Kurzgeschichte? Da habe ich auch einige verfasst, wenn ich einfach so einen Splitter habe und ich merke aber, das trägt nicht für ein ganzes Buch das Thema. Und dann beginne ich eben mit der Charakteristika der Hauptfiguren. Ich mache die Dramaturgie, ich schaue, ist das eine Dreiaktstruktur oder war ich eine Fünftaktstruktur oder wie plotte ich das überhaupt? Und wenn ich das dann habe, dann fange ich das Schreiben an. Wenn ich historische Romane habe, da steckt noch sehr viel mehr Arbeit drin, weil ich da tatsächlich, da sitze ich stundenlang in der Staatsbibliothek und schaue mir auch alte Handschriften an oder bin im Stadtarchiv oder fahre eben zu den Plätzen, wo das spielt oder spreche auch mit Experten. Das tue ich eigentlich bei jedem Buch, wenn ich irgendwo nicht weiß. Also diese Augenkrankheit zum Beispiel, da habe ich eine Cousine, die ist Ärztin und die befrage ich dann, was gibt es für Krankheiten, die ich hernehmen kann. Ja, gibt es die? Wie äußert sich die? Und wenn ich einen Krimi schreibe, dann habe ich jemand, der ist Kriminalhauptkommissar in München und dann kann ich den fragen nach Waffen und nach Tat und nach wie sieht was aus und ist das relevant oder stimmt das? Weil das, was wir in Fernsehkrimis sehen, das ist ja Quatsch. Also das ist wirklich Hollywood und nicht die Realität eines Krimis. Und als Buch verlange ich mir da einfach Exaktheit ab. Und bei den historischen Sachen, da habe ich bei den Schäfflern, also Schäffler sind Fassmacher, da habe ich einen unserer Schäffler-Tänzer in München an meiner Seite gehabt, der mich dann in die Zunftstube gelassen hat und mir erzählt hat. Oder bei der Flößerin, da war ich bei den Flößern unterwegs. Also ich suche mir dann auch schon immer die Szenarien und die Fachleute dafür, die mir da weiterhelfen können. Bei meinem aktuellen Roman, der jetzt im September rauskommt, da geht es um den St. Galler Klosterplan, das spielt im 9. Jahrhundert. Da fahre ich seit fünf Jahren immer auf die Klosterbaustelle, die es tatsächlich gibt. Das ist experimentelle Archäologie unten bei Siegmaringen und arbeite da selber mit, mit den Mitteln des 9. Jahrhundert. Und ja, da wird dann gewoben und gesponnen und Holzarbeiten gemacht und Schnüre gedreht und Schindeln geschlagen und so. Also dann weiß ich auch genau, wie sich das anfühlt, wenn ich das selber tue oder an diesen Plätzen bin. Das klingt nach sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit, die du da reinsteckst. Finde ich persönlich total schön, dass du da sehr viel Recherche machst und nicht einfach drauf losschreibst und nachher entspricht vielleicht irgendwas nicht der Wahrheit. Gerade bei historischen Romanen. Wie lange sitzt du an einem Roman? Also bei der Recherche auf jeden Fall. Also die sind ja immer ein bisschen dicker, so um die 400 Seiten. Da braucht es schon ein gutes Jahr, ein halbes Jahr allein Recherche und dann ein halbes bis dreiviertel Jahr das Schreiben. Dann geht das Buch ins Lektorat, dann dauert es nochmal und dann irgendwann hat man es in der Hand. Genau. Danke, dass du so offen geantwortet hast. Sehr gern. Finde ich total toll, weil die meisten Leser wissen das nicht. Ja, das mag sein. Also ich erlebe es einfach immer als toll. Ich habe in meinen Büchern auch immer hinten eine Danke-Seite drin, wo ich wirklich den Leuten danke, die das Wissen mit mir teilen oder ihre Expertise teilen, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also bei Nachtschwarz zum Beispiel, da steckt viel von meiner Familie tatsächlich drin, von meinen Vorfahren. Und da bin ich dann in das Stadtarchiv gefahren, in der Nähe von Ulm. Und dann mit dem Archivar hatte ich einen Termin ausgemacht und dann kam er mir schon ganz aufgeregt entgegen und drückt mir so ein ganzes Bündel Papier in die Hand und sagt, das ist, was Sie brauchen. Und dann habe ich mir das angeschaut und das war tatsächlich die komplette Chronik, was in diesem Ort passiert ist. Das ist ein sehr kleiner Ort auf dem Land während des Zweiten Weltkrieges. Und das ist natürlich fantastisch, weil ich wirklich alle Einzelheiten da dann drin verweben kann. Und das ist authentisch und das macht einfach was mit einem Buch. Es gibt eine andere, also das klingt einfach wahr, weil es wahr ist. Ich weiß, du machst auch Führungen in München. Vielleicht magst du darüber ein bisschen was erzählen. Ja, also zu meinen drei Romanen, die Flößerin und die Schäfflerin, gibt es eine Führung, das mache ich mit einer Stadtführerin. Die hat mich mal bei einer Lesung in München angesprochen und gesagt, ja, ob ich da nicht Lust hätte. Und die ist Stadt- und Kirchenführerin. Und wir haben uns dann so einen Romanspaziergang ausgedacht. Das heißt, wir machen eine Tour durch München, durch Plätze, an Plätze, die in den Büchern vorkommen. Und sie erzählt dann was zur Geschichte, zu den Gebäuden, zu dem, was dort passiert ist. Und ich lese dann die passende Passage aus dem Roman vor. Es wird über die VHS angeboten und das ist irgendwie, ja, eigentlich der Renner. München ist immer eine Reise wert. Genau. Kommt nach München und hört. Genau. Ja, vielen Dank für die wirklich schönen Lesung. Es war wie immer schön. Danke. Danke. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Eine Lesung.